Ein recht herzliches Willkommen zurück zum Großbauprojekt 2023 mit dem Offenbacher und dem Erschaffenbacher Bürgermeister Sky. Hallöchen. Ja, in der letzten Folge hatten wir hier beendet bei dem Kohlebergwerk Künzelsau. Wir hatten in der Aufnahmepause jetzt mal gefachsimbelt, weil es ist eine komplett schöne Linie, wo wir schön die Lebensmittelfabrik anbinden können. Und deswegen werden wir hier auch eine etwas größere Sache machen, die wir nämlich etwas rausziehen. Das ist nicht so gut. Nee, das ist auch noch nicht so gut. Den Rest können wir dann wieder weg. Weg machen? Ja, genau. Jetzt. So, wie stellen wir jetzt auch den Bahnhof hin? Gute Frage, nächste Frage. Machen, wo die Leisen anbinden. Die Leisen. Ich würde sagen, so. Na, bis... Bis ein Grad her. Warte. Und dann können wir... Das so machen. Und dann können wir es so machen. So, damit schließen wir die zwei jetzt erstmal an. Jawohl. Und nein, erstmal nicht. Dann müssen wir ja natürlich... Bäume noch wegreißen. Ja, komm. Und dann können wir es ja machen, wenn du die Schiene... Genau. Und damit gehen wir mit dem dann hier rein. Aber ich habe gesehen, wir haben wieder... Ich dachte, ich habe gesehen, wir haben... Brücke. Aber wir haben keine Brücke. Und auch Gasar, ne? Doch, da. Ne? Ne. Ne, gut. Okay. So, dann werden wir nämlich hier schon mal... Ähm... Eine Kreuzweiche reinsetzen. Damit wir die Strecke nämlich schon mal fertig kriegen. Mit Signal. Und Freigabe-Signal. Hallo? Ah, jetzt. Jetzt hat er reagiert. Jetzt hat er es auch. Das letzte Signal muss hier weg. Leider Gottes. Überflüssig. Weil hier muss leider... wieder... die Hosenträger hin. Ja, wohl. So passt das. So gefällt mir das. Ja. So, und schon hier aus... geht es jetzt wieder zurück. zum anderen Bahnhof. Das war glaube ich... innen Gleis. Ne, außen Gleis. Perfekt. Aber hier fehlt auch noch was. Durch die Brücke. Ja, work on. schlust. So. Ferdig. Oh, das war zu weit Ach So, und damit wir von hier aus hier rüber kommen werden wir das Zuführungsgleis gleich mit reinsetzen So Dann müssen wir wieder Ja machen Klack Die drücken Sachen, ne? Ja So, okay Musst du bitte abreißen Ja, das macht nichts Mach ich gerne Bauer auf und reißen nieder Irgendjemand gibt euch Arbeit immer wieder So, dann werden wir hier gleich mal einen Personenbahnhof machen und zwar keinen geringeren als einem wunderschönen Bahnhof der zu Walburg passt Jetzt muss ich aber trotzdem gucken Würde denn weiter Ich würde den weiter vorne Also, ja bisschen vom Berg weg Meinst hier? Oh, ja ungefähr so Wegen Vorgleis alles, ne? Ähm Ja Neuschans musst du alles blätten So Echt? Echt, da gibt's eine Bushaltestelle? Wo? Da gibt's eine Bushaltestelle? Ich wär verrückt War ein schönes Ding, oder? Jetzt nur das Glas, dacht so Französisch Französisch? Paris? Ne Nein Bahnhof Liga Ach Lige Ligee Ligee Im Französischen Ligee Ja Oh, aber mit Rolltreffen Ja Damit's nicht ganz so eintönig wird So Ja, klar Wie wollen wir's machen? Direkt Güterzug durch oder nicht? Direkt Güterzug durch durch den Bahnhof, nicht Lass mal so ein paar durchrauschen, ja Sieht doch cool aus Na, dann Hast du in der Realität auch? Ja, dann kommt der weg Der stört So So Ähm Ähm Warum mache ich das gerade? Herr Bürgermeister. Du hast dir was überlegt? Weil ich mir überlegt habe, dass wir hier vorne noch eine große Sache draus bauen. Das war hier oben, was jetzt noch fehlt an der Strecke, dass wir das jetzt noch mitmachen können. So, aber es fehlt an Bahnhof Erfurt noch ein bisschen was, was hier dringendst notwendig ist. Nice. Richtig. Notbaustelle Erfurt. Notbaustelle. Ja. So. Eine Sofortbaustelle. Ja. So. Du hattest gesagt, dass jetzt hier dran. Falsch. Wie falsch? Was ist überkreuzt? Das darf nicht überkreuzt sein. Okay. Rechts an rechts, links an links. Dann zuführen auf die Schienen. So. So war alles. Perfekt. Perfekt. Stopp. Perfekt. Perfekt. Dann würde ich mal die Kamera ändern, was du siehst, wohin baust. Die Kamera, wie gesagt, kann so drehen, hoch, runter, nahe fahren. Ja. Das ist viel besser. Wenn du die dann drehst, so wie du sie brauchst, dann kannst du sie besser anschließen. Ja. Ich hatte eine Gleisbau bestellt und keine zwei Bau. So. Okay. So, ich brauche da deine. Zwei Mittleren. So, die zwei Mittleren. Genau. Geradezu. Du? Perfekt. Geradezu. Auf die. So wie sie sind. Genau. Auf die. Links auf links. Rechts auf rechts. Ähm. Ich muss. Fahr erst mal ganz normal gerade raus. Das ist überhaupt gerade. Ich muss trauen. Ich glaube nicht, dass dieselbe Höhe ist, oder? So. Jetzt tanzt es nämlich. Na, ist zu tief. Es funktioniert nicht. Es ist zu tief. Ähm. Hä? Ähm. Hä? Nimmst du mit den Schienen erstmal die Höhe. Oder planier es auf die Höhe. Auf jeden Fall. Dann musst du die auch nochmal weg machen. Weil, da musst du das ein bisschen tiefer setzen. Weil der Bahnhof hier tiefer ist, wie die Schienen da hinten. Ähm. Äh. Auch die Höhe planier ist das zweite. Dann. Vom Bahnhof weg. Und dann hast du genau die Höhe. Wenn du das zweite nimmst. Also da in der Rubrik mit der Erde. Mit den Pfeilen. Weil da hast du genau die Höhe. Okay. Das ist die Höhe vom Bahnhof. Wow. So. Bauen wir erstmal gleich. Ja. Das ist ein Unterschied, ne? Sieht man nicht so. Du siehst doch so gar nichts. Oder siehst du sowas, wenn du die Kamera so hast. Anstatt zeitlich von oben. Weil ich finde, das ist ein bisschen schwierig. Wenn du das so seitlich von oben immer wieder. So wie das brauchst. Die Karte hin und her dringen. Ich weiß nicht, ob du das kannst. Hin und her dringen. Da äh. Krieg ich einen Caller. Ah. Okay. Ja gut. Dann wenn ich das weiß. Steigung zu groß. Dann ein bisschen zurückziehen. Ah. Siehste? Hm. Guckst du, ob die Höhe passt. Ah. Ist schon zu hoch. Da ist die eine Schiene niedriger wie die andere. Hm. Das heißt, die rechte Schiene müsste es dann... Warte. Weg machen und die Höhe noch immer machen. So wie wir das gemacht haben mit den Felsen. Äh mit dem Boden. Na? Hm. 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 Und dann hast du die gleiche Höhe. Hm. Guck dir mal den Unterschied an, was das für eine Höhe ist. Ja. Ja, ich muss noch ein Stück zurück. So, ich muss noch ein Stück zurück. So, ich muss noch ein Stück zurück. So, dass du nicht direkt drauf fährst, sondern so die Schiene nach außen extra machst. Warte, ich probiere jetzt ein anderes Teil. Das wird schon wieder zu tief. Okay. Okay. So, wir müssen jetzt halt, dass wir die Schiene absässig machen und dann extra rüberführen. Wenn ich halt zusammen verbinden, musst du die abseits binden. Guck mal, es kommt wieder vor. Ja, Bahnhofsbau in Erfurt wird nicht einfach. Ja. 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 Okay. So. Hmm... 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 Ah, das ist nicht dein Ernst, Junge. Wieso gehst du so weit runter? Ah, extra Gleis. Fertig. Du fährst Gleis wie wenn du eine Kurve raus machst. Einfach mit einer Kurve raus und dann anschließen, damit es funktioniert. Hä? Als Kurvenabgleis, also als Gleisabfahrt. Machst du vom Gleis eine Kurve nach außen und dann stoppst du das und dann schließt du das an. Warte. Wie wenn du eine Weiche baust. Das kriegen wir doch hin. Warte, ein Stück war doch vor. Ein bisschen Lamm füllen, genau. Jetzt. So meine ich das. Äh. Ah. Ja, geht doch. Das ist eine Mühle. Besser, ne? Ja, sieht zwar abenteuerlich aus, aber besser. Ja, da bist du zu früh in die Kurve. Ja. Da ist Gänse nochmal gemacht. Abbrecht. Ja, sehr hoch. Aber nicht zu weit ziehen. Weniger. Ja. Ich muss, äh. Das ist das Überholgleis von der anderen Seite. Ja, aber du kommst mit Einzug nicht rüber. Komplett. Das musst du stuckeln, wie ich immer. Abfahrt rüber, gerade Abfahrt rüber. Dass er einzeln rüber zieht, anstatt einmal durchgezogen. Aber sonst hast du wieder das mit den Schildensproblem. Du musst den Übergang für Übergang machen, Mann. Ja. AchING mal. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Das passt nicht. Kompliziert war ich das anzubauen. Das passt nicht. Oder wirklich, ich baue nicht möglich. Verdammt. Aber die sind doch nicht tiefer wie die anderen. Kann doch nicht sein. Ja, siehst du doch. Ja, doppeltes Segment. So. Den geben wir hier drauf. Und mit dem geben wir hier drauf. Ja, doppeltes Segment. Ja, ich weiß. Gerade. Wenn das funktioniert wird. Ja, wohl. Seider eins ist fertig. Ja, Seider eins ist fertig. Ich habe das ja selber schon gebaut. Soll ich dir das mal von mir per Bild schicken, wie ich es gemacht habe, dass es passt? Ah, geht schon. Geht schon, passt schon. Ja, okay. Im Notfall hätte ich dir das Bild, da kannst du das dann abbauen. Ja, ich versuche jetzt das Beste hier draus zu machen. Und der Bahnhof da, der ist wirklich ein bisschen tricky. Ja. Da haben die Gleisbauer schon viel Arbeit gehabt. Ja. Ähm, okay. Mal willst du mich jetzt hier, äh. Ich wollte gerade fahren, ob du mich freuen willst. Wenn mich schon doch freuen. So. Ah, ja. So. So. Hier, das müssen wir dann auch irgendwann nochmal anschließen. Oh, ja. Aber diese Sache muss ich anschließen. So. Pasch. Pasch. Wascht? Nehmen. Sieht ein bisschen abenteuerlich aus, aber das Nehmen. Nehmen. Das ist echt crazy aus. Nachkommung zu groß. Ist immer noch nicht. Ja, das gefällt mir schon eher. Dann muss ich das Stückchen wegreißen. Ich hab eventuell eine schlechte Nachricht für dich. Echt? Was? Ja. Ich sag nur, dass ich weg muss. Dass du weg musst. Ich hab eine, ja, eine Nachricht geschrieben bekommen. Und da müsste ich wahrscheinlich, ich weiß halt nicht, wie es hier aussieht. Ja, du kannst ruhig deinen Sombereinsatz fahren. Liebe Zuschauer, ich möchte euch nur informieren, dass der liebe Skype bei der Feuerwehr ist. Und sofern ein Einsatz reinkommt, muss er natürlich leider auch die Aufnahme hierbei dann auch verlassen. Bitte versteht dies, äh, ich denke mal, dass es so ist, Kai, oder? Nein, was anderes ist das jetzt gerade. Ah, okay. Aber, äh, im Falle eines Falles, dass die, äh, Einsatzkraft der Feuerwehr gebraucht wird, dann, äh, werden wir das natürlich und die Zuschauer auch gerne, äh, dir nachsehen, weil ohne euch gäbe es viel mehr Unglück. Dann wären, kannst du ja selber mal erzählen, was da alles drum und dran hängt an eurem Job. Dürfen wir eigentlich gar nicht. Ja, das Allgemeine. Ihr dürft ja, intern ist klar, dürft ihr nicht, ist klar. Aber ihr dürft ja, das externe dürft ihr ja. Also das, was ja eigentlich so grob eigentlich alle wissen. Ich meine, hypothetisch darf man gar nichts erzählen. Okay. Ja. Na dann, ähm. Weil du dafür auch unterschreibst natürlich. Ja, das ist auch klar. Verstehe ich auch. Äh, also, ähm, Autosave, ja, okay. Und das, ne, das ist halt ein Kollege, der gerade, äh, ein bisschen fahren will. Ah, okay. Ja. Ah, das Libet, yes. Äh, okay. Wieso kommst du da jetzt nicht drauf? Äh, wir machen gerade zurückgeschrieben, ich weiß nicht, wie lange wir machen wollen. Ja. Ja, wir werden gleich die Folge beendet haben. Aber den Bahnhof müssen wir noch felsch machen Auf jeden Fall Könntest du dich mal in das Gleis einfügen Mein Freund, wäre sehr nett von dir Na, sag's ihm Vielleicht macht er sehr War auch sehr freundlich von ihm So Ich hoffe Dass alles noch so läuft, wie es läuft Ja Oh, der macht sogar die Beuge Äh, die Beuge Die, 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 ähm Wie sagt man Kreuzungsweichschaft Die Wechselung Ja Gleichwechslung Ja, so Achtung, Achtung Erfurt Ost Sie werden untertudelt Ähm, ja selber einen Bogen gemacht? Jo. Noll. Kommen wir gut raus? Ist es links oder was? Ist es rechte? Das war glaube ich... Ist egal. Ich habe hier noch nichts weiter angeschlossen. Ich habe nur das erste Mal Erfurt untergraben. Na komm. Was haben wir denn, mein Klang noch? Hallo? Er wollte nicht so, wie ich wollte und hat sich deswegen gedacht, naja, wenn er unter Erfurt durchgräbt, seine Geburtsstatt, dann würde er das wohl schwer bereuen. Sag es lieber nicht. An der Stelle, falls er es jetzt weg ist. Das sieht schlecht aus. Wir werden warten. Ja. Wir geben nicht so leicht auf. Vielleicht fängt er sich auch wieder. Was wir ja schon einige Male erlebt haben. Ja. Außerhalb der Aufnahme. Genau. Kann sich jetzt nur noch um ein paar Minuten handeln. Aber in diesem Sinne sehe ich auch gerade sehr schön... Seht ihr? Dass er sich... Ja, nicht gefangen hat? Okay. Oder doch? Ähm... Da werden wir auch gleich mal weitergehen. Kulisseur. Okay, also er hat sich doch gefangen. Langsam, langsam. Ähm... Ähm... Ja. Das wollte er dann doch nicht machen. Okay, ich glaube, das ist zu lang. Ja, bingo. So. Da wäre es... Jawoll. Nein, noch nicht. Das war nur... Angeschlossen. Ja, ich habe die Strecke angeschlossen. Okay. Okay. Und die Brücke, genau. Das gleich. Das gleiche noch mal. Genau. Gut Glück, dass es jetzt auch wieder funktioniert. Ja, wenn es funktionieren würde, würde ich mich freuen. Ja. Ich auch. Ja. 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 Was mache ich denn noch? Was ist denn das? Dieses dauernd abhaken, dieses, äh, dieses von der Schiene weggehen. Ja. Ja. Das ist... Ja, ja, das ist vom Spiel aber selbst. Weil wenn es zu lange wird, der Weg, dann, dann bricht der ab. Da musst du immer ganz nah an der anderen Schiene dranbleiben. So, okay, dann, ähm, wir haben den noch konfigurieren. Ähm, ähm, Entschuldigung, wenn es gerade mal ein bisschen still bei mir ist, ähm, ich habe da ein tierisches Problem im Rücken. Aha. Das heißt, Madame Katze läuft wieder auf, auf, auf deinem Nacken und will sich hinlegen. Nein, äh, Kielschlümmer. Sie nervt. Ah. Eine Seite hoch, schiebe ich sie zur anderen runter. Ja, die will es. Ich weiß, dass sie ihre Streicheleinheiten haben will, aber die kriegt sie bitteschön in der Werbepause. Äh, in der Pause. In der Aufdamepause. Jetzt ist es schlecht. Und außerdem, äh, muss ich leider auch, äh, beim Katzenfutter so langsam mal Einhalt gebieten. Also nicht Einhalt gebieten, aber, ähm, ich muss es rationieren. Ja. Mach ich nicht gerne, tut mir selber weh, aber, ähm, ja, das muss ich zur Zeit so handeln, weil mein Geld ist alle. was ich gehabt hab. Hier, ähm, Minka, machen wir das Spiel jetzt, äh, andauernd, oder könntest du dich mal noch ein paar Minuten gedulden? Ja, auch das wird während der Aufnahme mal passieren. Dass ich mit Katzen rede. Okay. Um, so, so, wadama, eins, zwei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 das wäre genau die Mitte also 1, 2 nochmal 1, 2, 3, 4 oh naja fahren wir halt ins nix die Knochen ja die ähm Thema Brücke, Tunnel, alles klar so dann muss ich nämlich hier ein Stück wegnehmen wieder aber wir sind schon weit über unserer Zeit aber den Anschluss mache ich jetzt noch ja deswegen habe ich ja gesagt die Strecke wollen wir ja so gut wie es geht die zwei Videos fertig haben so perfekt so in diesem Sinne machen wir jetzt hier erstmal eine Pause ähm und vielleicht sehen wir uns gleich im nächsten Aufnahme wieder oder wir sehen uns dann ist es in ein paar Tagen vergangen und ich wünsche auf jeden Fall frohes Gelingen bei euren eigenen Projekten vergesst bitte nicht die Kommentare zu benutzen die Abonnenten Daumen hoch zu geben ja aber so nach oben dass es äh dass der Daumen steif bleibt danke ähm Abonnieren glaube ich vergessen genau zusammen mit Brüderchen und Schwesterchen sind nämlich Abo und Glocke sind Brüderchen und Schwesterchen also bis dahin euer Offenbarer und der Sky Dau' Bye 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 Bye